Nach monatelanger Reise ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wieder zurück in ihre Heimatstadt Stockholm. Home twitterte sie am Dienstag zu einem Foto, das sie mit den zwei Hunden ihrer Familie in der schwedischen Hauptstadt zeigt. Wann genau sie Stockholm erreichte, war unklar. Hinter der Klimaaktivistin liegen viereinhalb Monate Reise. Per Segeljacht reiste sie in die USA und traf sich dort unter anderem mit Klimaaktivisten, Entscheidungsträgern und Menschen, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Anschließend segelte sie zur Weltklimakonferenz nach Madrid. Diese war aufgrund der Unruhen in Chile in die spanische Hauptstadt verlegt worden. Auf Flugzeuge als Transportmittel hatte Greta aus Umweltschutzgründen verzichtet. Auch den Heimweg durch Europa hatte die Klimaaktivistin maßgeblich mit dem Zug zurückgelegt.